Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wir questen uns gerade hier im Master Rank 6 durch die letzten verfügbaren normalen Quest. Und jetzt wird es glaube ich lustig werden, weil jetzt kommen schon zwei Quests, die als fortgeschritten tituliert sind. Und wir fangen mit der Gold Standard an. Goldene Rathian und zorniger Rajang. Ein einziger Lichtblick ist, dass es eine Multi Quest ist, dass die Viecher nicht ganz so viel Leben haben. Wobei, wenn schon fortgeschritten dran steht, wer weiß, was das noch mit den Monstern macht. Das ist auf jeden Fall die Quest, glaube ich, bei der ich vor den regulären Quests hier auf jeden Fall am meisten Respekt habe. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Fortgeschritten der Gold Standard. Zufällig habe ich von einer Gold Minim Dschungel gehört. Zwei sogar. Ich will einen Teil davon, aber in der Nähe, wo ein glitzernde Monster gesichtet hat. Halte sie fern, wie auch deine Griffel von meinem Anteil. Der überambitionierte Händler. Ja toll. Und wir dürfen es wieder ausbaden. Im Dschungel. Immerhin nicht in der Arena mit beiden gleichzeitig. Das wäre auch heftig. Ein Arena-Quest. Gold Rajang und Gold Rathian gleichzeitig. Ich will gar nicht weiter drüber nachdenken. So, das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Und zwar für Kollege Rajang. Ich glaube, den mache ich auch zuerst. Da sehe ich die Abnippelgefahr doch deutlich größer als bei Rathian. Doch, als bei Rathian. Auch wenn sie auch Gold ist. Wir sollen zuerst Rathian machen. Aber hier machen wir zuerst Rajang. Definitiv. Er treibt sich ganz im Norden rum. Puh, ey. Es wird stressig werden. Und ich werde viel rummeckern müssen, Leute. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. So, das haben wir alles. Ein bisschen mehr gelbe Vögelchen noch wäre nicht ganz verkehrt. So, hier kommt auch noch einer. Grün ist voll. War hier nicht auch noch irgendwas cooles drin? Eine Lähmkröte oder so? Ja. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns langsam mal. Aber, nee, ist noch ein Espinas, der hier noch rumläuft, ne? Ja, okay. Die beiden gehen schon aufeinander los. Sehr nice. Ich hätte ja gern auch noch eine Gelegenheit gehabt, mal hier irgendwie meine Waffe auf irgendeine Farbe zu kriegen. Machen wir jetzt auch. Und zwar so. Zack. Das ist schon mal gut, dass wir den Kampf gegen einen Rajang so starten können. Wobei ich ja das Gefühl habe, dass der Rajang schon wieder so schnell ist, ist, dass wir unsere Angriffe gegen ihn kaum rauskriegen. Obwohl, die Angriffe vom Espinas sind auch relativ schnell. Roms. Das ist ganz gut. Das kommt uns doch sehr entgegen. So, einen kriegen wir noch, oder wie? Ach komm, hauen wir es lieber mal raus, bevor es hier schief geht. Und jetzt so richtig mit Feuer. War da ihn gar nicht betroffen da hinten. Wollte grad sagen, mit Feuer, Gift und... Paralyse bitte. Aber irgendwie geht das nur gegen uns anscheinend. Ui. Ach Gott, ey. Ja, ich weiß, du bist... Du bist wütend, mein Freund. Ich weiß... Boah, ich glaube, ich hätte einfach nur stehen bleiben müssen in der Mitte. Komm, lass mal... Wo bist du denn? Können wir jetzt mal von mir ablassen? Danke. Das wäre sehr nett. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du wütend bist. Oh, das war auch knapp gewesen. So, den hier wollte ich mal mitnehmen. Jo, das hast du... Da hast du dich ja fein ausgerichtet, mein Freund. Man kann halt auch nicht... ...jeden Schlag immer treffen, ne? Boah. Ich hab auch mal gelesen, ne? Ähm... Ja, dass er im Prinzip... ...drei Zustände hat, ne? Ähm... Der normale Zustand, wo er einfach nur goldenes Fell hat. Dann der goldene Zustand, wo er goldene Stehhare hat. Dann ist er schon wütend. Ey, sag mal, Junge. Boah, das war knapp gewesen. Unfassbar, unfassbar. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn überhaupt schaffen. In diesem Lager waren wir auch schon lange nicht mehr. Ähm... Genau, mit den goldenen Stehharen. Dann ist er normal wütend. Und wenn dann noch seine Hände rot werden, dann ist er quasi oberwütend. So, wenn wir mal irgendwann unsere Waffe rot kriegen sollten, würde ich auch mal probieren, meine Spinne zu nutzen. Und, ähm... Ja, ihn mal irgendwo vor die Wand zu ziehen. Wobei das auch schwierig werden dürfte. Achso, jetzt ist er... Er kämpft da unten auf der Plattform. Ich kack ab, Leute. Okay, da ziehen wir ihn, glaube ich, eher nirgendwo vor eine Wand unten auf der Plattform. Weil da, glaube ich, einfach keine Wände sind. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass das besser läuft. Wird schon. Ist doch kein Problem hier. So ein goldener Rajang. Ich bitte euch. Zack. Einmal vor die Beine. So, was fliegt hier unten noch alles rum? Ja, hast du dich da aber komisch abgelegt, mein Freund. Du müsstest einfach nur aufpassen, dass er uns nicht trifft. Der Rest ist doch überhaupt kein Problem, oder? So, nochmal hier eine kleine Kraftverlängerung. Wow, wir haben schon wieder drei Treffer gelandet. Mega. Und nochmal zwei. Jetzt läuft ja quasi wie am Schnürchen hier. Natürlich. Oh, ich wollte gerade sagen, da stand er doch eigentlich ganz gut für uns. Äh, immerhin noch einmal getroffen. Er hat auch gar keine roten Ärmchen mehr. Das ist natürlich für uns super optimal. So, wir gönnen uns mal eine Heilung und hoffen wir mal, dass wir voll werden, bevor er bei uns ist. Wo willst du hin? Und noch zweimal getroffen. Und er ist reitbar. Ist ja mega. Ich weiß noch nicht, wo wir mit ihm hinwollen. Auf jeden Fall hier von der Plattform runter, weil wir ihn hier nirgendwo vorreiten können. Weil da oben die Höhle, wo die Geschosse drin waren. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Und dann hoffen wir, dass er auch noch ein bisschen beschossen wird. Ja, vor allem wenn er direkt vor der Nase von den Viechern liegt. Ja, natürlich bleibt er nur liegen. Und dieser kleine Dino da. Muss mich auch nochmal angreifen. So, irgendwie will er weg. Ja, genau. Zeig's denen. Zeig's den kleinen Dinos. Die haben's richtig auch nicht abgesehen. Da wäre ich auch richtig vorsichtig, mein Freund, was diese kleinen Dinos angeht. Vor allen Dingen gehen die mich auch immer an. So, ich glaube, ich habe ihn noch einmal erwischt. Zack, zack. Doppeltreffer. Boah, der ist echt, ey. Ich glaube, wenn wir ihn geschafft haben. Ich will jetzt auch nicht Gold Rajang runterreden, ja. Auch Gold Rajang wird nicht ganz ohne sein. Äh, Gold Rathian wird nicht ganz ohne sein. Dennoch, er macht mir deutlich mehr Sorgen. So, nochmal erwischt. Ja, zisch du durch die Gegend. Das ist okay für mich, mein Freund, solange du mich nicht erwischst. Boah, ey. Wir prallen einfach ab an seinen Armen. So, zack. Ach Gott, ich bin etwas zu früh losgezischt. Sonst hätte ich ihn zweimal getroffen. Jo, er sieht nicht so amused aus. Was macht der da? Stabbt er nach Luft? Falls er, indem er fertig ist, rast er einfach wie ein D-Zug über mich rüber. Auch klar. Völlig normal. Voll normal, wie man nicht einer sagen würde. Er wurde umgeboxt. Mal gucken, wie lange er liegen bleibt. Ich fürchte nicht allzu lang. Wir müssen das rauskriegen. Bam, Junge. Ups, wo sind wir hier? Irgendwie in der Klemme. So, sind wir doch fantastisch rausgekommen. Oh nein, wie kann es sein, dass ich ihn nicht erwische? So, schön seitwärts laufen. Oh, und nochmal erwischt. Oh, das tut mir auch ganz besonders leid, Rajan. Oh, wo ist er? Oh, er steht schon wieder komisch vor mir. Da wollen wir nicht nein sagen, wa? Oh, er will das Gebiet wechseln. Gott sei Dank. So, ich wechsle mal auf den größeren Stack. Also, wir können ihn jetzt auch gleich nochmal vor die Wand ziehen irgendwo. Oh, ja. Das war vorher nochmal unsere rote Waffe nachfüllen. Und dann würde ich sagen, um zuerst mal die Spinne einzusetzen. So, rot ist die Spinne. Oh Gott. Ich habe mich nicht ganz so getroffen, wie ich wollte. Aber gut, immerhin so ein bisschen. So, mal gucken, ob er die auch noch mitnimmt. Fuck. Das sieht doch eigentlich ganz fantastisch für uns aus, wie er da drin hockt. Oh, und nochmal on. Und er ist leuchtet blau. Ist ja mega. Wenn das jetzt... Oh, okay. Uh, Leute. Da bin ich ja einigermaßen froh, dass der Kollege hinüber ist. Und auch überraschend schnell jetzt zum Schluss. Eigentlich wollte ich dich lieben, Junge. Aber warum bist du ja nicht tot? Du lagst hier doch schon eine ganze Weile, oder? Naja, egal. Roelute war erst in Gold-Rajang. Boah, Leute. Gold-Rajang ist hinüber. Ich bin jetzt einigermaßen relaxed. Klar, gibt es die Möglichkeit, dass uns Gold-Ratian auch noch auseinander nimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für deutlich geringer als der Gold-Rajang, als der zornige Rajang. Vielleicht können wir auch Ratian mal hier hinlocken, in die Giftfalle. Auch das wäre irgendwie nochmal cool. So, wir haben noch 14 Tränke oder so gegen Gold-Ratian. So, zweimal haben wir so. Dann gucken wir jetzt mal, ob sie uns hinterherkommt, oder? Würde ich sagen. In die Falle direkt. Oder fast direkt. Wir müssten vorher nochmal. Oh no! Sie hat den Espinus reitbar gemacht. Sehe ich das richtig? Ich konnte mir sogar vorstellen, dass das nur aus Versehen gewesen ist, dass sie uns eigentlich mit diesem Feuer hätte treffen wollen. Wie witzig und aus dem Banner ist Espinus schon mal reitbar. Warum kann er denn noch mal geritten werden? Ist das schon so lange her? Gefühlt habe ich doch gegen den Rajang gar nicht so lange gekämpft. So, Espinus ist einigermaßen flott unterwegs, was seine ganzen Moves hier angeht. Seine starken Moves. Was auch immer Ratian da noch alles abgekriegt hat. Okay, okay. Das war doch auch schon mal ein sehr passabler Einstieg hier in diesen Ratian-Kampf. Genau, immer drauf da. Lass sie giften, lass sie paralysieren, lass sie brennen. Ich weiß, du kannst das, Espinus. Auch wenn es dir gegen den Gold-Ratian nicht ganz so gut gelungen ist. Das war doch hier fantastisch. Oh Gott, der Schwanz ist keine empfindliche Stelle. Kann das wahr sein? Uh, das war knapp gewesen. Der Schwanz ist offensichtlich keine empfindliche Stelle. Der ist besonders hart. Das hatte ich nicht mehr so im Kopf. So, ich würde gerne das hier nochmal mitnehmen. Oh ne, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin gerade völlig orientierungslos durch diesen Jump aus Versehen da rauf. Oh Gott ey. Oh ja, ich erinnere mich, das macht sie immer zweimal, ne? So, jetzt könnten wir uns mal langsam wieder probieren, in diesen Kampf hier einzufinden. Zack, zack. Zweimal getroffen. Oh, sie ist in einer Falle. Dann probieren wir doch mal hier so einen Move rauszukriegen. Danke, Kätzchen. Oh, naja. Also, auch wenn ich sie immer beschissen treffe mit meinen Moves, ja? Ist alles besser, als sie gar nicht zu treffen. Ja, komm, brüll noch ein paar Mal. Au. Oh, sie liegt, aber... So, heilen, heilen, Gegengift. Und Feuer. So, da sie gerade abgeht wie Zäpfchen, muss ich mal gucken, dass ich live-technisch einigermaßen oben bleibe. Okay. Sie haut erstmal ab. Leider nicht zur Falle. Ich hatte jetzt die Hoffnung gehabt, was in das Fallengebiet geht. Naja. Nichtsdestotrotz, ähm... Es war ein bisschen chaotisch gewesen. Wir sind nicht gestorben. Solange wir nicht sterben, ist alles gut für mich. Ist auch klar, ne? Solange wir nicht sterben, werden wir irgendwann gewinnen. Obwohl der Timer könnte dann der Feind sein, aber... Das mal eher als theoretische Option hier. Ah, ich glaube, ich habe nur das Schweinchen getroffen. Oh, no, 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 no. Ich wollte gerade sagen, wie gut kann man sich platzieren. So, ich wollte gerade sagen, hier war noch irgendwo so ein dritter Seilkäfer. Den hätte ich auch noch ganz gerne. Ja, und habe dafür mal wieder mein Leben geopfert. Ich hätte einfach weggehen sollen. So, von Defense, Flattermann, nehmen wir auch noch gerne mit. So. Endlich auch mal wieder zweimal getroffen. Dahinten ist noch so ein Angriffsflattermann. Auch den hätte ich gerne. Boah, das war aber ein feiner Feuerball, den du da geschossen hast, Rathian. Interessiert mich nur so gar nicht. Ach so, wir haben, ähm... Ja, komm, wir gönnen uns mal den Luxus. Ich glaube, die Giftfalle ist weg. Aber wir rennen mal in das Gebiet mit den... Explosionsteilen hier links. Wenn wir die Kurve dann kriegen... Nein, Rathian, hier wollte ich nun wirklich nicht rein. Du bist auch so... Gelenkig wie ein Omnibus. So. Das lief doch jetzt wiederum ganz okay. Oh mein Gott, jetzt sind wir hier unter drin. Boah. Was für eine Scheiße schon wieder. Naja, egal. So, wenigstens mal die empfindlichen Stellen getroffen. Was sie jetzt auch immer noch davor hat. Brüllen vor allem erstmal. Oh, oh, da kommt noch mehr. Oh, dem bin ich ja irgendwie noch elegant entkommen, indem ich mich unter sie gerollt habe. Warum? So, dritter Seilkäfer hier, bitte. Danke. Ah, ich kacke ab, echt. Na ja, solange ich die Dinger nicht abkriege, ist alles gut. Boah, Junge, beziehungsweise Mädel. Hör auf, hier rumzustressen. Ernsthaft. Ja, ich weiß. Das hast du davon, mein Freund. Und auch ein paar Mal ins Gesicht und so. Wo stehe ich hier? Und warum komme ich nicht weg? So, erstmal wieder eine Runde relaxen. Und dann mal gucken, dass wir noch ein bisschen Schaden hier an den Mann, beziehungsweise die Frau kriegen. Oh, hast du dich noch mit dem Gesicht dahin gedreht? Wobei ich gar nicht so ganz sicher bin, ob ich sie wirklich im Gesicht getroffen habe. Ei, 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 ei. Wo ist sie? Einmal über uns rübergerannt. Sag mal. Am meisten Stress macht echt dieses ganze Rumgewirbel deiner Luft, wo man auch nicht mehr weiß, wo sie letztendlich ist und wo sie landen will und hinballern will, ja? Ja, hast du gut gemacht. Zack, zack. Oh, jetzt macht sie in dem Moment einen Schritt nach vorne und schon wieder, ich kacke ab. Da fragt man sich schon, wie sie das immer so gut timen kann, ne? Der Angriff kommt. Och, ich mach noch einen Schritt nach vorne, da trifft der Angriff mich nicht. Hello, junge Dame. Und nochmal zwei Treffer, herrlich. Ich trinke lieber sicherheitshalber nochmal. Boah, Gott sei Dank habe ich vorher nochmal mich geheilt. Sonst wäre ich jetzt schon wieder mega low gewesen. Aber ich gehe trotzdem lieber auf Nummer sicher und mache mich voll. Lass mich doch einmal hier zur Potte kommen. Ernsthaft. So, dann halt von mir aus so. Oh, sie hat sich zumindest so semi abgelegt. Warum auch immer. Und sie wurde runtergeholt. Ah, ich hoffe, jetzt bleibt sie auch mal liegen. Und dann kriegt sie jetzt noch schön einen vor den Kopf. Zack, zack, zack. Aber auch der ist gerade keine empfindliche Stelle, weil er nicht glüht. So, und nochmal irgendwas getroffen. Ja, das hat man irgendwie kommen sehen, junge Dame. Und sie strauchelt schon wieder. Sehr nice. Und jetzt brüllt sie wieder. Können wir da bleiben? Es wäre so cool. Wir haben eine rote Waffe. Jawohl. No. Na, 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 gucken wir mal, wie wir jetzt noch hier rauskriegen. Naja, zumindest noch getroffen irgendwas. So, sie wäre auch fangenbereit. Wollen wir sie dann fangen, ja, ne? Bevor sie jetzt hier noch weiter stresst, fangen wir sie lieber. So, fangen und easy. Goldene Doppeljagd erledigt, war doch kein Problem. Na gut, Goldrathian war nur schmückendes Ballwerk gewesen. Das ist die eigentliche Herausforderung. War natürlich der wütende Rajang. Na gut, bei Goldrathian hat man gesehen, wenn man ein bisschen aufpassen muss, muss man auch. Aber nichts Wesentliches. Sie kann ganz schön Radau machen in der Luft, wo man keine Orientierung mehr hat, wo sie eigentlich gerade ist und was sie davor hat. Aber nichtsdestotrotz ist alles besser handelbar als dieser Rajang. Der gefühlt nur von links nach rechts zischt, rumla um sich haut und AOE-Schaden verursacht. Ja, fantastisch. In Anbetracht der fortgeschrittene Zeit und da jetzt nur noch so Multi-Jagden da kommen, würde ich sagen, hauen wir jetzt noch eine begleitete Quest hinterher. Oh, die Abholtruhe der Argo, sie ist voll. Die müssen wir eben leer machen. So, alles einmal nehmen. Dann Buddy-Fileschen neu einstellen. Und weiter geht's. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir machen noch eine begleitete Quest. Die gehen erfahrungsgemäß ein bisschen schneller, weil... Hier kommen jetzt noch zwei so Multi-Jagden. Dann... Nein, äh, nee, das wollte ich nicht. Kontoobjekte, groß, klein. So, dann fangen wir mal hier mit an. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Kooperationsfest. Komm, ein Kamelios, mit wem auch immer. Das sollte easy machbar sein. Jo, alle Bafs erhalten. Sehr schön. Duty Calls. Duty Calls. Und los geht's. Unsichtbare Bedrohung. Ein schwer zu sehender Drachenältester wurde im Dschungel gesichtet. Ein Kamelios. Derzeit halten sich dort einige unserer Forscher auf und wir müssen ihre Sicherheit garantieren. Dann Gallios. Okay, Gallios. Kommt wohl mit uns auf die Jagd, würde ich vermuten. Genau, da kommt er auch schon mit seinem Großschwert. Äh, nee, hier ran. So genau, ist eine Singleplayer-Quest. Gibt leider gar nicht so viel aus der Truhe. Well, well. Well, well, dein Ziel ist ein Kamelios. Ich hoffe, du bist bereit. Größere Herausforderung ist, dieses Loch hier zu treffen, als den Kamelios zu besiegen. Wo treibt er sich denn rum, unser Kamelios? Links von uns. Wird sich noch ein Minütchen gedulden müssen, der Kamelios, bis wir hier alles eingesammelt haben. So, ein rotes Vögelchen noch. Und dann haben wir es eigentlich schon so gut wie geschafft. Auch hier nehmen wir mal unseren neu entdeckten... Boah. Unser neun sechstes Britzenviech mit. Was mal ganz nett ist für den ein oder anderen Überraschungseffekt. Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt mit diesem Kamelios anlegen gehen. Hier haben wir dann auch nochmal die zwei Vögel mit. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir nur den einen, weil unser grüner Balken ist voll. Guck mal, da oben ist auch nochmal ein gelber. Dann wäre gelb auch voll. Und dann können wir in den Kampf starten. Achso, ich habe keine Stakes mehr aus der Kiste, weil wir ja nicht so viele mitnehmen können. So, los geht's, Galios. Schreng dich mal ein bisschen an, bitte. Damit wir es ja schnell erledigt haben und ich werde wieder von irgendwelchen Schweinchen umgehauen. Das ist echt lächerlich. So. Er meint sich hier tarnen zu müssen. Ja, soll er mal. Ich kann auch unsichtbare Viecher schlagen. Oder blenden. Zack. Haben wir jetzt beide geblendet? Da kam hier gerade noch ein Tobi an. Habe ich nur im Augenwinkel irgendwie gesehen. So, hier sind leider keine Vögelchen, ne? Naja. Dann machen wir so unser Schwert rot. Mal gucken, ob gleich mal einer von den beiden hier reitbar wird. Aua. Aber gut. Kamelios ist jetzt generell nicht die Riesenherausforderung, ne? So. Boah, gerade entgiftet. Und die nächste. So, Kamelios, Galios. Warum? Ja? Warum muss das hier im Tunnel sein? Ehrlich. Damit er uns besser vergiften kann, ja? Verstehe ich schon. Ich verstehe schon. Wow. Wir haben fast schon wieder vergiftet worden. Das ist der Ende. So. So, will er weg, oder? Was tut er? Oh Gott. Voll das Luftloch geschlagen. Ja, danke. Oh Gott. Aber der Dango-Verteidiger hat uns, wie so oft, gute Dienste beim Retten geleistet. Oh, nice. Äh, dritter Seilkäfer, den hätte ich gerne. Ich sehe noch nicht, wo wir uns hier befinden. RCS liegt, glaube ich. Und das RCS wird auch schon gut beschossen. Da würde ich mich auch gerne einreihen. So, zack. Wir haben ihn noch irgendwo erwischt, aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Oh. Hast du mich gar nicht erwischt mit deinem komischen Feueratem? Oh, und noch zweimal erwischt mit meinem Angriff. Das tut mir ja ganz besonders leid. Das wollte ich gerade sagen. Na gut, jetzt, ähm, weiß ich nicht mehr, wo das hier hingeht. So. Zack, zack. Schwertgelb. Du sollst mich nicht ausprobieren. Wie soll ich das? Wo ist er hin? Da. So. Vielleicht wird er ja auch mal irgendwann reitbar, ihn hier in der Höhle nochmal zu reiten oder in der äußeren. Wäre nicht so schlecht, beziehungsweise. Ah, das ist, glaube ich, lieber nach draußen. Da waren die Explosionsteile, ne? Oh, da ist auch ein Zinogre. Ah, nee, lieber doch nicht nach draußen. Dann machen wir es lieber hier ein paar Mal vor die Wand. Ich glaube, es war die Viecher hier haben schon geschossen. Die werden ihn jetzt wahrscheinlich nicht nochmal beschießen, oder? Oh nein, hier ist keine Wand. Oh, doch so gerade. Die Wand im Tunnel. Tut mir leid, Gallius, wenn er ein bisschen weit weg für dich liegt. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo hier seine empfindliche Stelle ist. Probieren wir es mal im... Oh Gott. Ich habe, glaube ich, etwas zu früh losgelassen. Deswegen waren es auch noch zwei Schläge gewesen. Naja, egal. Aua. Da hätte ich erstmal aus dem Weg gehen sollen. Ah, nein, ich habe... Boah. Ich habe keinen Seilkäfer. Aber irgendwo hinten war noch ein dritter. Gehen wir uns den holen. Da steht auch noch eine Vase rum. Nehmen wir erstmal die Vase, die Despond irgendwann. Der normale Seilkäfer bleibt ja unendlich lang, bis man ihn benutzt. Wo ist er? Da ist er. Hallo, mein Freund. Warum stehst du? Na toll, er hat mir fünf Defense geklaut. Der Drecksack. Zack, zack. So, auch noch einmal erwischt. Dann sieht man aber direkt, wo er sich rumtreibt. Oh, er dreht den Kopf ernsthaft so weit, dass er mich noch erwischt, wenn ich halb hinter ihm stehe. Oh, was kommt da von... Wow. Ich wollte gerade sagen, was macht unser Kätzchen da hinten? Ich glaube, Jubeltanz oder sowas. Das können wir mal ignorieren. Hätte es mal so ein Spießchen aufgestellt, hätten wir uns mal irgendwie dahin begeben müssen. Weiß nicht, Jubeltanz ist hier rumwirbelei. Whatever. Irgendwas Unwichtiges. Wo ist er? Toll. Wir springen extra über die Giftwolken drüber, dann er hinter die Giftwolken rennt. Ist klar, Junge. Zack, zack. Oh ja, leg dich mal hier. Ja, hin und mach mal eine Pause. Finde ich okay. Ja, mach du mal deine langen Angriffe. Ey, es ist so krass, was er einem für Angriffsfenster gibt, ne? Mit seinem Giftatem und so. Ach so, er macht sich unsichtbar und fliegt dann einmal über einen drüber. Ja, kannst du machen von mir aus. Oh. Da hat er doch besser getroffen als gedacht. Ernsthaft? Was habe ich denn jetzt schon wieder getroffen? Kannst du mal vor meinen Hacken bleiben? Geht das? Ja gut, wenn du meinst, du kannst dich hier in deinem Giftkreis erholen, dann mach das. Habe ich eigentlich jemals meinen Protective Polish hier ausgeführt in diesem Kampf? Ich glaube, fast nicht, oder? Äh, heizt die Lange? Du kannst gerne da reingehen, wir gehen da draußen, wechseln mal. Es ist okay. Wie wer hier rumsteht und sich bauen meint, ihn trifft mit. Es ist auch so geil. Na toll. Dachte, ich bin hier sicher in seinem Kreis. War aber irgendwie nix. Aber irgendwo hier war noch so ein, genau, ein Affinitätslibelle oder sowas. Oh, ich dachte, wir werden in die Richtung hier gelaufen. Ist er offensichtlich nicht. Hui. Tja, das war auch schon wieder knapp gewesen. Du schuldigst mich nicht weg. So, was ist mit deinem Schwanz hier, Kollege? Ich finde, der könnte ja durchaus auch irgendwann mal kaputt gehen. Wobei ich ihn jetzt auch nicht explizit bearbeitet habe. Aber wenn es sich schon so anbietet, dann probieren wir es wenigstens, ne? Zack. Zack, zack. Wo ist er? Wobei ich auch finde, dass er langsam zum Ende kommen könnte. Oh Gott. Ach so. Hä? Okay, ich glaube, das war ungeschickt gewesen. Ich hatte die Hoffnung, dass er in dem Kreis drin ist. In dem Giftkreis. War er aber nicht. Er ist selber irgendwie rausgesprungen. Hat er reingespuckt. Kann das sein? Okay, okay. Da muss ich zugeben, da kenne ich auch nicht jede Attacke von ihm so genau. Nicht erwischt. Schade. Wir haben gerade keine Seilkäfer mehr. Da müssen wir noch ein bisschen mit Autotex hier arbeiten. Da ist mal wieder ein Seilkäfer. Zack, zack. So, gefühlt hat er doch nur gefressen bis jetzt, ne? Also. Wie weit er da... Ich wusste, dass das weit rum geht, ne? Aber ich bin da auch schon extra zu ihm gerannt, um da schnell um die Kurve zu kommen. Aber. Das geht echt mega weit. Was trifft die denn hier jetzt? Wo kommt das denn? Fuck, wo kommt das denn jetzt her? Und wieso isst der Schwanz jetzt ab? War das irgendwelche Fischchen aus dem Wasser? Oder was war das? Einen Feature der Map, was ich noch nicht kenne, habe ich den Eindruck. Oder es war der Galleus. Aber das kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen. So, er geht wieder. Von mir aus. Nehme einen Schwanz mit, die Cameleos-Peitsche. Und er ist irgendwo hier in die Höhle rein. Das muss jetzt aber wirklich jeden Moment vorbei sein. Da kann nicht mehr viel übrig sein, wenn er mich fragt. Und er ist gefesselt. Ach so, ich dachte, er steht da irgendwie in Schockstarre. Aber er hat nur ausgeholt. Oh, danke. Danke für diese Zunge. Okay, die kleinen Viecher da hinten zuckeln gefühlt mit 5 FPS rum. Oh Gott. Ich dachte, dieser Bauch hier wäre empfindlich. Oh, ich glaube, er haut schon wieder. Zu so einer langsamen Attacke da, holt er aus. Okay, egal wo ich stehe. Ich kriege immer eine langsame Attacke auf den Kopf. Na gut. Oh, nice. Nice, Kätzchen. Nein. Ich bin zurück. Nein. Ernsthaft, Galleos. Was ist das denn schon wieder für eine Fail-Aktion gewesen? Warum kommt er jetzt mit dem Zinok ran? Wo er doch gerade optimal lag. Naja, okay, dann, ähm... Hauen wir ein bisschen normal drauf. Andere Möglichkeiten habe ich gerade nicht groß. Obwohl, er scheint ihm jetzt erst den berittenen Rächer gemacht zu haben. Und wir sind schon wieder rot. Und ich glaube, er ist jetzt auch blau hier, unser... ...Kameleos. Unser Kameleos ist jetzt vor allem tot. Impressive. Ja, Galleos, du warst Teil davon. Also, du bist doch mindestens genauso... ...impressive, würde ich sagen. So, vier Minuten, wie es sich für den Drachen Ältesten gehört. Ready when you are. Sagt ihr das nicht auch schon irgendein berühmter Geheimagent? Breit, wenn sie es sind. Hi, Tobi. Von dir wollen wir heute nichts. Ich kann's froh sein. Oh, aber ich glaube, Tobi will was von uns. Schnell weiter hier. So, aber zum Sammeln gibt's hier, glaube ich, auch nix mehr. Da wäre ein Pilz gewesen, aber es ist uns nicht vergonnen. Alright! Juli, Freunde, haben wir noch ein bisschen was geschafft in diesem Part. Vor allem die Doppelt-Gold-Quest. Ne, war das nicht der letzten Part gewesen? War es die Doppelt-Gold-Quest in diesem Part? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendeine der letzten Quests haben wir da geschafft. Noch eine Koop-Quest. Das ist doch ganz ordentlich. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal nochmal ungefähr so eine normale Quest und eine Koop-Quest oder so. Aber das werden wir dann sehen. Also, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, das mit ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.